Burger, Pommes, Nuggets go! Und damit... Hallo! Ich bin ja in Kroatien im Urlaub und bin hier an Archies Fastfood-Laden. Keine Werbung. Und hab mir hier einen Cheeseburger bestellt. Das ist übrigens mein erster Cheeseburger in Kroatien, den ich in Kroatien zu mir nehme. Und hier sieht man den Burger. Ja, sieht anders aus als bei Fastfood-Schnellketten. Aber ich probiere das Ganze mal. Ich beiß mal rein. Kann man sich gönnen. So von einer Punktzahl von 1 bis 10 würde ich sagen, 9 Punkte. Kann man sich gut gönnen. Das Ganze hat... Das hat mich gekostet. Ich geh kurz gucken. Ähm... Was hat meine gekostet? 21, äh... Hier, wir halten die Kuna. Ähm... Das sind ungefähr... Das ist 3 Euro. Ähm... Ja, finde ich normal. Das ist bei einem Dönerladen genauso der Preis. Und kann man sich gönnen. Ja, von 1 bis 10 Punkten. 10 Punkte. Kann man sich gönnen und... Finde ich lecker. Also, es ist halt was anderes, ne? Mmh... Mmh... Like, wer jetzt Hunger hat. Like das Video und teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.